Das blöde Vieh hat mich umgeschmissen. Okay. Von meiner Seite aus sieht keine Jungen aus. Wollen wir uns? Ich bin jetzt bloß nervig mit der Huscherei. Ja. Das mit dem Gift, das geht ja noch. Kannst ja rausgehen. Dann holst dich ja relativ zügig wieder. Aber das ist der schlechter für mich gefährlicher mit... Mit seinem Feuer. Ja. Das bringt dir natürlich gleich was vom Innenspol. Ja. Aber der ist dumm. Ja. Der läuft dann nochmal weg und dann kannst du beschießen und dann rennst du wieder weg. Ja. Du hast gleich ja auch. Super, wir stehen ja gleich vor so einem Extraktionspunkt. Komm, Joseph muss überleben. Wie heißt dein eigentlich? Keine Ahnung. Sepp. Sepp. Na, Joseph. Sepp. Oh, pass auf. Da unten ist die Fliegerschlampe. Ja. Na, wir rennen ja um gleich lang. Ja. Geht los, meiner. Geht los. Go. Boah. Na, ich glaube, wir haben. Pass auf. Fliegerschlampe. Na, okay. Den müssen wir wegmachen. Du hast die Blöße getroffen, muss ich. Ich habe mich langsam eingeschossen. Ja. Munition. Ne. So, wo jetzt? Ah, gleich daneben. Oh, wow. Ey, die Spinne haben wir schon voll. Wie kommt das denn? Hä? Dann... Ey, wir sind ja schon direkt bei der Spinne, Alter. Wie ist das? Wir müssen bloß reinkommen in die Dreckshütte. Fuck, oder so. Ja, wo... Ui. Da ist er schon! Was? Was? Mach das Brett zu! Fuck, ich steh mit dem Tief drin. Ich muss nachladen. Geil. Ja, wo? Ja. Da ist er. Da ist er schon. Pass auf, die Köderbellen erscheinen. Wow, sie ist gut. Das blöde Vieh hat nicht umgeschmissen, gerade als ich laden wollte. Ich bin vergiftet. Vergiftet? Vergiftet! Gift und Galle! Ah schon wieder! Das Drecksvieh! Draußen bellen die Köder. Habe ich Medipack? Ja, eine Spritzer. Lauf hinter dir! Da habe ich einen verpasst. Ah, f*** du! Knarreleer! Ich muss laden. Oh, ich stand schon wieder in der Gift. Die ist unten! Die ist unten! Ja! So, wir müssen aufpassen jetzt. Wo ist Moni? Vorsicht, hier sind Fenster offen. Ich bin hier drüben an der Treppe. Und ich hier an der anderen Treppe. Das ist natürlich scheiße, weil ja zwei Fenster sind. Ich bin hier drüben an der Treppe. Oh, ich schlappe an der Treppe. Da sind noch zwei Einige! Oh, ich schlappe ein. Ja, ich schlappe ein. Das ist einfach, dass ich hier drüben ane. Oh, ich schlappe. Das ist ein traAC. Das ist ein Podcast. Das ist ein Autofahrt. Ich gehe jetzt auf! Ich gehe hier an, nachher. Dann sage es viele Jauner. Wenn sie hier ein. Das Problem ist links von dir bei der Spinne Sachenaufgang. Ach so? Shit. Tatsache. Mist. Das ist um dir hoch, glaube ich. Helfde Hummel. 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 Das war ein Blindgänger. Ein Querschläger. Helfde Hummel. Helfde Hummel. Helfde Hummel. Helfde Hummel. Helfde Hummel. Helfde Hummel. Rechtseinschauer. Vorsicht jetzt. Wo müssen wir hin? Ah, wir sind an der anderen Seite. Hier. Scheiße, sind wir hier oben. Ich will hier raus. Warte, da ist Muni. Nein, du saugst. Wo bist du? Ach, da unten? Von oben kommen wir ja. Okay, dann müssen wir doch wieder vor. Warte, da. Warte, tief. Warte, ich leiche, du sicherst. Nix von mir. Schnell. Wir müssen hier lang kommen. Nö. Nein, nö, nö. Oh, du hast geklappt. Da vorne. Ich bin auf der anderen Seite. Okay. Ich bin auf der anderen Seite. Okay. Ich bin auf der anderen Seite. Schmeiße. Nein. Scheiße. The Hrm nachgeladen hat diese Drecksknoche. Mach ein' kalt, Günther. Diese Drecksschweine, Scheißer. Fuck it, ey. Ich trieb nichts, das kotzt mich richtig um.